Hallo und herzlich willkommen hier bei Wieland Elektrik. Wieland ist mit einem umfassenden Produkt- und Dienstleistungsspektrum in vielen Bereichen zu Hause. Im klassischen Maschinenbau befähigen wir Hersteller dazu, Sicherheitsanwendungen zum Schutz von Mensch und Maschine einfach umzusetzen. Dabei sorgen wir für eine reibungslose Kommunikation, sowohl zwischen ihren Maschinen als auch zwischen uns und unseren Kunden. Wir nehmen das Wort Effizienzsteigerung dabei sehr genau. So haben wir die Fördertechnik durch dezentrale Energieverteilung revolutioniert und im HVAC-Bereich den Umstieg von konventioneller auf steckbare Installation geschafft. Wir sind bevorzugter Partner bei Produzenten von Windkraftanlagen, weil wir mit diesen gemeinsam an zukunftsfähigen Lösungen arbeiten. Unser Ziel ist eines, die sichere Automatisierung ihrer Maschinen und Anlagen. Programmierbare Sicherheitssteuerungen, sichere Relays und sichere Sensorik. Wir machen es möglich, auch komplexe Anwendungen einfach und normenkonform umzusetzen. Maschinen-Sicherheit scheint erstmal kompliziert zu sein. Dafür setzen wir auf unsere intuitive Software und auf unsere Applikationsexperten, die Sie jederzeit kompetent beraten. Wir begleiten Sie bei jedem Schritt mit vielfältigen Services. Egal ob mit Engineering, vor Ort oder mit unseren zahlreichen Schulungen. Profitieren Sie von unserem geballten Wissen. Wir sind die sichere Verbindung in Ihre digitale Zukunft. Auch im IIoT starten Sie mit uns komfortabel und unkompliziert, denn wir erleichtern Ihren Einstieg mit technischer Betreuung und Ausarbeitung, damit Sie Ihre Maschinendaten effizient nutzen können. Durch einen geregelten Datenverkehr, die Datensammlung in der Cloud und VPN-fähige Geräte schaffen wir die perfekte Infrastruktur für die Zukunftsfähigkeit Ihrer Anlagen. Genauso effizient wie Ihren Datenverkehr gestalten wir die Energieverteilung im Feld, denn wir bieten mit unserem dezentralen Energiebus ein Kosten- und ein zeitsparendes System an. Das bedeutet bis zu 80 Prozent schneller installieren und flexibel erweitern und das mit nur einem Handgriff. In unseren Werken produzieren wir einzelne Komponenten, die wir nach Ihren Anforderungen in einbaufertige Komplettlösungen umwandeln. Was der Vorteil dabei ist, Sie können sich ganz auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren, während wir die Zwischenschritte für Sie erledigen. Denn das Stichwort lautet Ready-to-Use, also sozusagen sofort einsatzbereit. Von der konfektionierten Leitung bis zum Schaltschrank. Wir garantieren eine hohe Qualität und einen exklusiven Projektsupport. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt von der Beratung und Ausarbeitung über die Bestellung bis hin zur Lieferung und sogar darüber hinaus. Denn genau das macht uns aus. Unsere Kundennähe und der einzigartige Support mit kompetenten Ansprechpartnern und Experten für alle Bereiche auf der ganzen Welt. Wir sind für Sie da, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Auf uns können Sie sich verlassen. Wir sind Wieland Elektrik.